einer hat den kommentaren auch geschrieben schade dass sie kein multiplayer gibt kommt gerade nicht rein macht nichts da waren wir schon drin und in gewisser weise hat auch recht es ist immer sehr schön wenn man in survival spielen multiplayer machen kann es ist nicht unbedingt erforderlich aber es kann schon sehr schön sein wenn man zu zweit spielt muss nicht in jedem spiel möglich sein aber allein die möglichkeit ich schon mal schön aber ich glaube primär geht das ist unmöglich zu erkennen primär in strategie spielen ist es eigentlich so dass man wirklich mit aber weise weibels spielen finde ich auch gut sehr bilden sollte ja auch irgendwann ein multiplayer bekommen ich habe keine ahnung wie das aussehen soll ob dabei ob da zwei leute auf einer karte spielen zum beispiel oder ja wie genau so aussieht fände ich auf jeden fall sehr interessant das öffentlichste da ist ja auch multiplayer fähig und ich finde auch gut ich glaube alleine ja hast du es auch vielleicht in gewisser weise auch was war das denn ach so in gewisser weise hast du schwerer weil du kannst ja nicht auf alles gehen aber du hast auch mehr zombies und dann sind deine ressourcen auch eher erschöpft hat alles für seine vor und nachteile aber ich kann alleine hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gespielt bin ich ganz ehrlich ich habe tatsächlich damals ich habe über ein jahr schon bei mir im inventar gehabt im steam bevor ich überhaupt gespielt habe weil ich glaube ich wollte mich halt selber nicht spoilern das freeman dann zeit hat er mit mir das spiel aufzunehmen okay jetzt gerade überhaupt nicht ich weiß nicht warum und ich bin jetzt auch nicht mehr lange da vielleicht muss ich dann zwischendrin wenn ich überhaupt schaffe permanent irgendwas zu bringen vielleicht muss ich dann einfach mal zwischendrin was anderes bringen das kann auch sein aber ich habe gerade folgenausfälle ohne ende auch bei mist sind jetzt ein paar folgen ausgefallen ja ist halt so dafür habe ich wenigstens schon zwei spiele so weit voraus aufgenommen dass ich in meinem urlaub permanent folgen bringen kann und es ist auch halt nicht leicht wenn du sechs spiele bringst an zwei tagen für jemanden der berufstätig ist und danach nach der arbeit immer noch irgendwas machen muss aber meine letzte aufnahme von project somit ist gestern anklaufen und es war ein heidenspaß mehr oder weniger ich habe auf jeden fall sachen rausgefunden an die ich gar nicht gedacht hätte dass sie gehen und einerseits was echt cool andererseits auch schockierend was passiert ist ich will euch aber nicht spoilern also für die leute die das spiel project somit noch nicht kennen ich plane da dass wir gemeinsam einen server aufmachen natürlich wird das spiel also werde ich da gewisse sache anpassen zum beispiel dass er dir gebissen wirst und zombifiziert bist also dass die zombifizierung nicht tödlich ist würde ich zum beispiel gern machen kann ich jetzt hier den kartoffel wieso kann ich keine verdammte kartoffel entpflanzen wie sagt die klappe nicht die klappe es dauert ein bisschen ist das alles getrocknet ist das ist eigentlich meine waffenschublade das sind kartoffeln ist halt ich scheiße ich hätte gedacht ich kann okay und einmal darf ich sie wieder rein legen dann kann ich ja auch problemlos braten denke ich werde ich auch machen würde ich gerne noch mal ein bisschen schauen was brauche ich denn hierfür noch schaltkreise oder ein schaltkreis und zwei hier ist auch was brauche ich denn für einen generator war das nicht hier dabei was hier jeder generator dabei generator 6 o gott 6 davon 6 das ist echt nicht lustig dafür kriege ich gerade mal ein zahnrad das sind zwei zahnräder 3 ja erst mal kurz die katze raus hier und das halt rausgehen meine güte jammer katze ich würde sagen ich schon kloppe jetzt noch ein paar autos für die teile das wird ein bisschen dauernd schätze ich mal bis ich den generator zusammen habe und wird sehr viele dinge kosten eigentlich kommen die auch anders her super euch noch komponenten so dass ich jetzt gerade mache ich hier ist jetzt gerade holz drin ja das könnte eigentlich immer hier rüber ich würde auch ich würde so gerne halt wieder eine ordnung auch drin haben in meinem gebäude hier fangen wir erst mal an fangen wir erst mal an nah und fernkampf nah und fernkampf ne eigentlich hätte ich nah und fernkampf getrennt glaube ich bin mir nicht mehr ganz sicher hier waren eigentlich unsere metallteile drin hier war holz drin hier waren zum beispiel solche sachen drin wie kleidung hätte ich auch gern wieder hätte ich auch gern wieder kommt da gerade nebel auf bin ich ganz sicher aber drei minuten sind halt noch sehr viele autos zum zerstören schade kann ich nicht mitnehmen es fehlt auch nicht mehr viel ein bisschen habe ich gar nicht mehr im kopf gehabt also das hätte ich gern noch fertig und einen hühnerstall bräuchte ich dann auch langsam aber ich habe jetzt glaube ich wieder das problem dass mir einfach diese ganzen metallteile fehlen ja kein hebel kein hebel kein hebel kein hebel ok sieht gut aus kein hebel kein hebel kein hebel ich glaube so 20 minuten braucht es bis der nebel aktiv ist ok kein hebel kein hebel kein hebel ok sieht gut aus es kostet mich zwei da brauche ich das mal drin die dinge habe ich keinen metallschotten mehr ich hatte gerade noch welchen oder habe ich das alles schon wieder verbaut habe ich das alles schon wieder verbaut ich habe jetzt erstmal das wasser ach ja ich hätte ein cooles bett frisch essen kann ich morgen früh immer noch glaube ich etwa auf diesen kleinen warum sind eigentlich die fenster so extrem dunkel wie dunkel es hier aussieht also jetzt siehst du noch nicht hier hier war glaube ich werkzeuge und sowas mit drin alles sachen die ich nach und nach machen muss dem ding ist noch gut ich freue mich schon wenn ich meine alte ordnung habe ich habe mich schon gefunden ich kann auch gleich noch mal ein seil machen super ein seil geht noch ein seil geht noch ein da muss eigentlich wieder mit metall suche und noch mehr kann blatt wenn ich dann irgendwann genug blätter gesammelt habe dann wird vielleicht auch besser ich weiß gar nicht mehr wie viel von diesen seilen ich eigentlich brauche ich weiß nämlich nur noch dass wir welche brauchten für den bogen und dafür braucht nach der eingeweide die ja auch ewig brauchen okay das war ein richtiges metallauto das kann ich nicht einfach so zerlegen ich weiß nicht ob ich hier alles mit mich hier schon rum gekümmert habe ach komm hier schon anscheinend war ich ja schon ausgiebig das war die straße ins nirgendwo ach ach das oh das ist ja mega sicher hier also da würde ich mich sehr sicher hinterfühlen hier war ich auch schon ich erinnere mich kann ich hier rein hatte ich wahrscheinlich auch schon geschaut ich glaube hier hinten also hier war eigentlich mal so ein trailer und wenn ich auch ein blätter verwöhnt was ich unbedingt schlecht ist jetzt brauche ich tatsächlich war hier auch glaube ich irgendwo auch mal hätte ich könnte mal schauen ob sie vielleicht nach da ist jetzt kommen die blätter an rinde komme ich ja relativ gut ran das ist sehr praktisch ich werde nicht mehr lange aufnehmen können ist schon halb sechs muss ich mich fertig machen dass ich nicht zu spät auf arbeit komme hier war ich zwar drin genau und haben komponenten mitgenommen und diesen löwen erstmals gesicht weggeschlagen verdammte löwen also hat es nix findet man echt viele ich weiß ja mal bevor ich hier auch gehe ich bin ein bisschen paranoid seit ich von diesen heckenschützen weggeballert werde ich freue mich schon drauf auf den tag an den ich die banditen töten kann habe ich schon erwähnt dass die übrigens jetzt wieder unsere behausung angreifen können wenn ich nicht gemacht habe die können das jetzt wieder das war ja anfangs deaktiviert worden dass sie angreifen aber jetzt mittlerweile ist es wieder aktiv wahrscheinlich wird es ausgemacht weil die kris von uns also die kris der leute nicht in der lage sind ist das gut dass ich hier rumlaufe eines tages wird das alles mir gehören ich glaube ich glaube eher zum kartenrand gerade oder ja kann man denn mittlerweile da wieder runter springen reiner forscher drang ich konnte an der einstelle nicht aber ich glaube hier geht es sie zumindest sehr danach aus sollte auf jeden fall nicht hier sein aus gründen der sicherheit doch ernsthaft wissen du für ein weicher ja also macht's gut ich sehe ein licht und ich falle endlos wie es scheint okay das ist nicht gut ich habe gedacht vielleicht komme ich hier irgendwie auf den berg oder so tatsächlich erst ja das war nicht so jetzt weiß ich nicht ob ich nein habe wo habe ich den gespeichert scheiße wo habe ich den gespeichert ich glaube aber irgendwo mindestens irgendwo zu hause ah ok hier wenigstens damit kann ich arbeiten ich hätte ich gedacht ich kann mich irgendwo hoch kann ich früher auch häuser aber da sind verdienten kennt das aber war das hier hinten wo man hoch konnte hier war es hier wollte ich eh mal hoch gehen um zu schauen ob ich da irgendwas schönes finde hier ist auch ein weg also hier kann kann ich mir jetzt nicht vorstellen dass wir da auch im norwärter landen und da hier unten drecken banditen camp ist kann ich mir auch nicht vorstellen dass hier nochmal direkt eins ist oder vielleicht doch ein abgezellter bereich aber ich glaube hier sind keine banditen ne das ist eine mögliche ersiedlung das ist ein mögliches haus also wenn ihr keine banditen seien ok das ist relativ leer das ist hier sogar eine kochstelle mensch hier wird mir nicht sogar gewiss oh 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 fünf stück noch dann haben wir es ok das war sehr anstrengend ich gucke trotzdem mal ob ich hier was finde aha die schubkoche werde ich mitnehmen der das leben trennen ich weiß noch nicht wofür der da ist aber ich hätte ihn gern gut ich nehme erstmal alles mit bandagen findet man irgendwie relativ selten nur noch kann das sein das heißt man ist vielleicht mehr darauf angewiesen alkohol herzustellen ich muss mich auch irgendwann mal angewöhnen ähm den kanister mitzunehmen vielleicht auch nicht die beste äh der beste ort um hier zu leben aber ein paar leute haben hier gelebt ein paar in den zelten vielleicht einer im haus oder zwei aber es scheint schon lange her zu sein mich wundert dass die zelte noch nicht kaputt sind der normal super der normalerweise ist es so dass sie wenn du ein zelt irgendwo stehen lässt neigen die tiere dazu ja die mit der zeit kaputt zu machen sagt muss man so und wer mir wäre garantiert bären in der umgebung ich will es eigentlich wirklich ein leben haben ich weiß nicht ob ich die noch anders kriegen kann oder zweimal leben und das auch okay das ist gut denke ich ja es ist feiner kann das war schon mal gar nicht so schlecht die achse geht auch noch mal sehen wo uns das hier hinführt vielleicht wurden die auch von den banditen getötet ist auch nicht so abwegig ich habe nämlich gehört dass die banditengemeine gemeine runde sind die einfach leute umbringen und sie ausplündern die weltwerterung aha hier ist immer also hier wollte ich auch mal lang laufen als ist das eine abkürzung sehr schön also kann ich da darüber schnell zurück und reifen wird die brauchen auch noch wenn ich schon mal hier bin nehme ich auch was ist das ich habe keine ahnung oder war ich hier wirklich mich sicher ich glaube das war woanders ich hätte gedacht ich war hier aber eben war leider doch nicht so doch eine andere stelle ich wollte nochmal kurz hoch springen zu schauen aber so ist auch okay ich hätte ich gedacht ich bin hier an anderen stelle hier gibt es rentiere ich guck mal kurz ob ich hier noch was finde wenn man richtig gemein ist versteckt man hier hinter so eine senke im rucksack oder sowas oder irgendwas nützliches aber ich glaube so haben die programmierer jetzt auch nicht gedacht also das ist nicht piranha balz wo man immer belohnt wurde also piranha balz gibt es da nicht mal was ist denn das ist ein echtechse ne es ist ein erst sah gerade aus als ob sie es bewegt hat also piranha balz 1 und 2 wenn du irgendwo hingegangen bist irgendwo eine stelle hochgeklettert die so ein bisschen abwegig war du wurdest immer mit irgendwas belohnt mit gold oder sachen die du gefunden hast da ist ein camp wie spät haben wir es jetzt ok noch fünf minuten für die zweite folge da ist ein bisschen holz gehabt ich bin gerade uns hier war ich hier nicht schon da ist noch dosen kann ich nicht gewesen sein das fleisch ist jetzt auch mal das sollte ich was trinken ungefähr reicht ich dachte schon ich komme nicht mehr ran deswegen das kann ich nicht nutzen das war gut wie gesagt ich weiß halt noch nicht ob ich irgendwie anders an dem raum kann rankommen und irgendwas sagt mir dass ich das zeug wahrscheinlich brauchen würde da brauchen sie nicht mehr im echten leben hätte ich mir das ding wahrscheinlich mitgenommen je nachdem wie weit ich das vermisst wie weit ich laufen müsste was schmeißt man weg das scrap wood wahrscheinlich warum darf ich eigentlich da nichts reinpacken und ich drei hölzer holz spätestens wenn ich die wenn ich die die säge habe werde ich noch genug holz haben eine frage warum haben die hier ständig schub kann am haus verstehe ich es aber hier ich hätte gerne noch ein paar rucksäcke mehr dann hätte ich jetzt ich bin halt so verwöhnt von meinem alten spielstand weil ich konnte halt so viel mitnehmen und ich nehme auch immer die spitzhacke mit denen ich weiß nicht warum weil diesmal ich gar nicht vor die mine zu gehen super ach mit dem schratt hier so ist ein obst kann ich auch nicht aufnehmen wenn ich weiß dass ich sachen kaputt machen kann dann mache ich es auch kaputt für gewöhnlich kann ich das auch schade weil ich noch ein auto oder nicht gehört und das habe ich jetzt nicht so wirklich zwei hiervon wieder zwei ich bin gar nicht so schlecht anfangen davon erscheint doch mehr zu sein da bin ich mir da gerade gekommen ich glaube aber nicht dass irgendein punkt das ist eine basis finde ich dann rucksack achte meine güter die säge kein rucksack ich dachte der basis ist immer ein rucksack na super hätte ich jetzt super gebrauchen können so ein mist ach ist doch einer zwei slots muss ich mir auch noch entscheiden was ich mitnehmen möchte ok was ist denn wichtig dass das biofuel ich glaube ich nehme das mal so das sind beide sachen also cola ist nur wasser und die ginger finde ich zur not auch und die säge hat tatsächlich einen größeren wert weil die aus metall ist früher hätte ich mich darüber hier gefreut also über alles weil gerade am anfang hast halt nahrungsproblem ohne ende haben wir ja gesehen unter umständen ich könnte hier sowas reinpacken warum habe ich denn den stein dabei bitteschön ja also ich muss prioritäten setzen und ein stein ist jetzt keine hohe priorität bin ich ganz ehrlich das ist wenn man nicht gerade ganz dringend steine sucht ist das niedrigste priorität eigentlich der sperr ist wertvoller als der stein hat man hier vorne nicht reingeschaut oder muss ich dann merken wo ich war wenn ich heute von der arbeit kommen und draußen der hecke verschnitten hat werde ich wahrscheinlich eine folge aufnehmen und dann weiß ich hoffe ich noch ungefähr wo ich bin wenn nicht ist es halt so biofuel ich mache es jetzt einfach mal so dass ich das zeug da rein packe wow acht bretter was machst du da katze sie dreht schon wieder durch ich glaube ich habe gerade den kanister drüben liegen lassen das passiert mir eigentlich so oft dass ich die sachen fülle also ist ein kanister fülle und dann lasse ich es einfach im auto liegen ja jetzt mittlerweile schon fünf liter drin da kann ich wahrscheinlich das auto bei mir bald ganz toll befüllen spät haben wir sind 8 uhr morgens erst muss halt nur dann dran denken den koffer kann man nicht mitnehmen und so kann man noch ein bisschen mehr mit tragen jemals diesen trailer da kann doch sein dass wir jetzt gerade wieder auf dem weg zurück sind wir haben die algis gewohnt das ist ein brett was super ist aber man kann sich mitnehmen meine katze trägt gerade echt durch was haben wir denn da ja noch ein messer nixi so oder und tatsächlich noch mehr leben den hole ich mir so schnell wo ich aus mache ich hoffe doch das leben drin ist andererseits sind auch komponenten dabei das sind alles sachen die mir helfen und ich weiß echt nicht ob ich ja jetzt wird es langsam voll finde ich auch noch so eine blöde obwohl will ich eigentlich gar nicht meckern ich bin froh dass ich extra finde gerade wenn ich solche sachen ja mache im grunde spaß mir auch komponenten und lehnen ok dann hoffe ich dass ich das ding nicht vergesse beim nächsten mal dann würde ich sagen das war letztes plan ist soweit heute ich hoffe ich halte wieder ein ich sage tschau mit wichtlein tv und ja dann sehen wir uns das nächste mal wieder ich glaube ich packe mal das hier rum und ich packe mal die streichhölzer denn echt gesagt habe ich jetzt ich habe jetzt schon fünf von den den gesammelt das könnte tatsächlich reichen ok bis zum nächsten mal wenn ich daran denken laufen wir das nächste mal weiter ich hoffe ich denke dran bei leute